Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin gerade im Tiergarten. Der Tiergarten ist ein riesengroßer Park in Berlin. Und ich bin gerade auf einer Brücke. Die Brücke geht über den Landwehrkanal. Ja, das ist ein Kanal in Berlin. Und ich wollte euch auch das hier zeigen. Hier sind Schlösser an dem Zaun. Und Leute, die verliebt sind, die machen ein Schloss an diesem Zaun. Zum Beispiel, das kann ich nicht lesen, E plus O. Hier ist auch ein Herz. Ein Herz. Was gibt es noch? S und M. Mark, Dick, alle möglichen Schlösser sind hier. Und ja, die Bedeutung ist, naja, die Liebe hält so lange, wie dieses Schloss hier dran bleibt. Das ist so die Idee. Ja, es ist etwas Amüsantes, was man so macht. Etwas Romantisches. Etwas Romantisches, was man so als Paar eben macht. Und ja, ich hoffe, ich werde euch mal kurz zeigen, wie es hier um mich herum aussieht. Dadurch, dass der Tiergarten so ein großer Park ist, kann ich euch gar nicht so viel von ihm zeigen. Es sei denn, ich mache ganz viele Videos. Was ich auch noch machen werde, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Wenn es tolle Plätze gibt hier, die ich noch entdecke. Und ja, ich hoffe, ihr fandet das unterhaltsam. Und bis morgen. Tschüss.